Was ist der erste Text? Den Text über Verlust und wie wir Frauen damit fertig werden. Und es heißt Dichtzeug. Du fehlst mir, dringt Einsamkeit ein Rinnsel noch, doch bald schon flutet mich Angst, Kraft verzehrend, Inalität und kein Dichtzeug in Sicht auf der Suche nach Halt. Da liegt Schokolade.